Die Astronomie im alten Ägypten war untrennbar mit der ägyptischen Mythologie und Religion verbunden, weshalb inhaltlich die Bezeichnung »religiöse Astronomie im alten Ägypten« treffender ist. Sie wurde im Gegensatz zur mesopotamischen Astronomie mit einer anderen Absicht betrieben. Nicht die Omen-Deutung und das Aufzeichnen von astronomischen Vorfällen stand im Mittelpunkt, sondern die Übertragung der göttlichen Himmelserscheinungen auf die Gottheiten und Menschen der Erde. Der König stellte in dieser Kosmologie das Bindeglied dar, der sich zu seinen Lebzeiten nicht mehr als normaler Mensch auf der Erde weilend sah. Er verstand sich als Empfänger der göttlichen Befehle des Himmels, die in seiner Verantwortlichkeit durch seinen Hofstaat ausgeführt werden mussten. Die von den Ägyptern verfassten Astronomietexte hatten in der Ägyptologie lange Zeit keine wesentliche Beachtung gefunden. Die Gründe sind zu einem Teil bei den Ägyptologen selbst zu sehen, die in ihrer Erwartung enttäuscht wurden, klare Himmelsbeschreibungen in babylonischer Form präsentiert zu bekommen. Zudem sind die Niederschriften sehr anspruchsvoll und bedürfen bei ihrer Analyse der Einbeziehung der ägyptischen Mythologie. Astronomisch-kosmologische Texte Für die Forschung stand bislang meist der mathematische-wissenschaftliche Aspekt der Astronomie im Vordergrund. Da die Bestimmung von Sternen mit großen Schwierigkeiten verbunden war und der zeitliche Abstand zwischen den Daten und der Erstbezeugung meistens beträchtlich ist, entstand ein wenig vorteilhaftes Bild der ägyptischen Astronomie. Es spricht vieles dafür, dass die Ägypter eine exakte und anwendbare Astronomie besaßen. Der Praxisbezug schlug sich immer in religiösen Texten nieder. Einige Astronomie-Historiker gestehen den altägyptischen Priester-Astronomen einen hohen Wissensstand zu. Doch dürfte ihre Messgenauigkeit erst um 400 v. Chr. ein höheres Niveau erreicht haben. Es äußerte sich U.A.R. in der Bestimmung der genauen Jahreslänge zu 365,25 Tagen und der Kreisbahnen von Venus und Merkur. Hingegen wurden die kosmologischen Konzepte weder für den mathematischen Gebrauch noch für nachfolgende Generationen geschrieben, um Auskünfte über astronomische Künste der Verfasser zu geben. Dieser Sachverhalt wurde oft nicht beachtet, weshalb auch kaum eine gegenseitige Kenntnisnahme der astronomisch-religiösen Texte unter den Ägyptologen betrieben wird. Zusätzlich sind die relevanten Materialien oft verteilt und nur schwer greifbar. Was von vornherein in der Vergangenheit für ein Desinteresse an der näheren Untersuchung entsprechender Motive in der Ägyptologie sorgte, viele der ägyptisch-astronomischen Texte sind nicht bearbeitet und deshalb nicht publiziert. In jüngerer Zeit widmete sich daher die neue Generation der Ägyptologen diesem Bereich, weshalb zukünftig mit einem verbesserten Verständnis und umfangreicheren Auswertungen zu rechnen ist. Definition der religiösen Astronomie-Götter können sowohl in Gott gestalten als auch als himmlische Wesenheiten auftreten. Ihr Wirken ist immer vom Rahmen der kosmischen Ordnung abhängig, die meist mit der Göttin Mart verbunden ist. Menschen, die sich nicht an die vorgegebene Ordnung hielten, bekamen den Zorn des Sonnenauges zu spüren. Zusätzlich bedienten sich die Götter der Schatio-Dämonen und anderen gefährlichen Götterboten. Die Schatio-Dämonen waren zugleich als Dekan-Sterne am Himmel und in der Unterwelt tätig. Gemeinsam mit Ipet-Tempet und Zobde bewachten sie Zed, der als Sternbild großer Bär am Himmel versuchte, dem toten Osiris in Verkörperung des Orion Schaden zuzufügen. Im religiösen Konzept gilt die Göttin Sopde als Herrin der Dekane, die auch für die Geburt der toten Dekane zuständig ist. Die 70 Tage unsichtbar im toten Reich weilten, um danach neu geboren am Himmel zu erscheinen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass für Verstorbene der Wunsch geäußert wurde, unter die Schatio versetzt zu werden. Auf dieser Grundlage wird die Einbindung der Diagonalsternuren in den Särgen verständlich. Da der Verstorbene als späterer Dekan-Stern in den Lebenszyklus der anderen Dekan-Sterne eingebunden war. Gleichzeitig werden die Dekane mit den altägyptischen Gaunen und den Mumifizierungsriten assoziiert. Der Verstorbene erhielt das Versprechen, sein Bar könne sich nach Belieben in einen Dekan-Stern verwandeln, der in diesem Zusammenhang ikonografisch als Vogel mit menschlichem Kopf dargestellt wurde. Dessen Funktionen waren vielfältig, konnte er doch entweder als Schutzweisheits- oder Schicksalsgott auftreten. Insofern verbergen sich hinter den Dekan-Sternen zugleich altbekannte ägyptische Gottheiten. Die mehrfach belegte Feststellung antiker Autoren, die Ägypter würden nur die Gestirne als Götter verehren, beruht auf einem Missverständnis. Die Ägypter verehrten nicht allein die Gestirne, sondern erkannten in den Sternen die auf der Erde wirkenden Gottheiten wieder und umgekehrt. Dazu benutzten sie astrale Deutungen und Darstellungen. Wie in anderen frühen Kulturen zeigen auch die Ausrichtungen der Grabbauten nach Auf- und Untergangspunkten und die Blickrichtung der Toten, astronomische Bezüge, sowie die Verbindung von Fruchtbarkeits- und Gestirnsgülden. Als ältester Beleg der ägyptischen Himmelsvorstellungen gilt der Kamm des Königs W.A.D.J. aus der 1. Dynastie. Verzierungen von Decken mit einfachen Sternmustern sind erstmals in der Geosa-Pyramide vorzufinden. Genauer fassbar wird die Kosmologie in den Pyramiden-Exten, die den Aufstieg des Totenkönigs zum Himmel schwerpunktmäßig zum Inhalt haben. Der Himmel galt als Ort der wichtigsten Gottheiten, die in ihrer Anfangsphase ikonografisch nur in Tiererscheinungen auftraten. Die Sacktexte des Mittleren Reichs nahmen im Verlauf die Beschreibungen der himmlischen Sphäre aus den Pyramiden-Texten dekorativ auf. Besonders auffällig treten nun die Diagonalsternuren auf den Innenseiten der Sackdeckel in Erscheinung. Einzigartig ist bislang die Himmelsdarstellung im Sack des Heni, die auch später noch in den Gräbern des Neuen Reiches vorzufinden ist. Generell lässt sich die früher angewendete strikte Trennung von Sack- und Pyramiden-Texten nicht mehr aufrechterhalten. Da sich die Übergänge fließend gestalten und auch später Motive des Alten Reiches vorzufinden sind. Unter Sesostris III. widmete man sich der Neustrukturierung des sogenannten Natbuches. Dass die Ägypter Grundriss des Laufes der Sterne nannten und dessen Anfänge in die Tlinetenzeit datiert wird. Die archäologische Fundlage ist im Neuen Reich in den Tempeln und Gräbern wesentlich besser als in der Vorzeit belegt. Ob die Beschäftigung mit den Phänomenen des Himmels in dieser Zeit intensiviert wurde, kann daraus jedoch nicht geschlossen werden. Nach wie vor waren Wissenschaft und Religion weiter als eine Einheit verbunden. Die neu erfundenen Wasserohren schmückten als Ergänzung die astronomischen Darstellungen. Ähnliche kosmologischen Bezüge sind in den Tagewillkalendern vorhanden. In den Königsgräbern tauchen erstmals die Bücher vom Tag und der Nacht ebenso wie das Natbuch auf. Die Fortführung von kosmologischen Varianten ist in der dritten Zwischenzeit festzustellen. Die sich in diesem Zusammenhang besonders häufig auf das Gepnat-Motiv konzentrierten. Die Tempel und Gräber der Spätzeit sind meist so zerstört, dass kaum sichere Aussagen des weiteren Verlaufs möglich sind. Zusätzlich fehlen fast gänzlich erhaltene Papyri. Jedoch zeigen die wenigen erhaltenen Gräber der 25 und 26 Dynastie sowie Särge der letzten einheimischen Dynastien bis in die Petole-Meer-Zeit weiter die große Beliebtheit von astronomischen Motiven in Verbindung mit den Himmelsbüchern. Zunehmend sind im 6. Jahrhundert v. C.H.R. Einflüsse in den Himmelsdarstellungen mit divinatorischem Hintergrund zu bemerken, was sicherlich mit dem Einzug des Zodiacs aus Babylonien im Zusammenhang stand. Der intensive Kontakt mit der Nubis-Chen 25 Dynastie transferierte ägyptische Vorstellungen bis nach Merö. In der griechisch-römischen Zeit sind wieder besonders vielzählige Funde von Himmelsvorstellungen in den Tempeln verzeichnet. Neben astrologischen Texten fanden auch unverändert die Himmelsbücher Anwendung. In römischen Gräbern und Särgen halten nun ergänzend Zodiacs Vorstellungen Einzug. Bemerkenswert ist die Vielzahl der Neubearbeitungen von alten kosmologischen Vorgaben, deren Hieroglyphen zwar nicht mehr verwendet, aber gelesen werden konnten. Mit dem Ende der pharaonisch-ägyptischen Kultur sowie dem Verfall der ägyptischen Tempel verschwanden auch zumeist die Himmelsvorstellungen, die sich nur noch rudimentär in der koptischen Liturgie wiederfinden oder sich in Einzelfällen bis in die Renaissance reiten konnten, ehe sich in arabischer Zeit die Spuren verlieren. Die kosmologische Schöpfung Die Vorstellungen über das Entstehen der Welt sind im Neuen Reich erstmals dekorativ auf den Tempel- und Grabwänden dargestellt. In der Grabanlage von Ramses III. schmückten Auszüge aus dem Pfortenbuch und dem Buch von der Erde die Sarkophag-Halle im Seitenraum Szenen vom Buch der Himmelsguh, aus dem die Priester jeweils an den Tagen des Neu- und Vollmonds unter anderem die kosmologische Schöpfung rezitierten. Astronomische Konstellationen Anfang des vierten Jahrtausends v. chr. herrschten im alten Ägypten gegenüber der Gegenwart veränderte astronomische Konstellationen. Wegen der Präzision war der heutige Polarstern weit vom Himmelspol entfernt und gehörte noch nicht zu den Zirkumpolarsternen. Im Nil-Delta blieb er erst ab 3733 v. chr. durchgehend am Himmel sichtbar und in Elephant ein ab 2326 v. chr. Den Himmelspol repräsentierte damals der Sterntubern im Sternbild Drache. Die Zuordnung des Sternbildes Stierschenkel zum Wüstengott Set kann erst ab dem Alten Reich erfolgt sein. Da die ihm zugeschriebene mythologische Rolle vorher astronomisch nicht gegeben war. Bemerkenswert ist der Umstand, dass das Sternbild des Set in der altägyptischen Dynastiegeschichte als einzige Konstellation des Himmels nicht unterging. Zur Zeitbestimmung bei Nacht benutzte man zwölf zirkumpolaren Nachtsterne, wobei die Länge des jeweils ersten und letzten Zeitabschnitts der Jahreszeit angepasst wurde. In den Pyramidentexten wurden die zwölf unvergänglichen Sterne im Norden, die nie untergehen, präzise beschrieben. Dieses theologisch-kosmologische Ordnungsprinzip lag auch bei der Errichtung der Pyramiden vor, deren Ausrichtung sich immer an den unvergänglichen Sternen im Norden orientierte. Die Auslegung des Ordnungsprinzips hatte die mythologische Gleichsetzung von Norden und Westen im Zusammenhang mit dem Sonnenuntergang als Grundlage, da die Sonne im Westen unter den Horizont sinkt und danach nicht mehr sichtbar ist. Selbige Unsichtbarkeit ist für den Norden und Nordosten gegeben. Für den Süden gilt parallel die Verbindung vom Mittagsstand der Sonne und ihrem Aufgang im Osten symbolisch für die Sichtbarkeit am Tage. Das Erklärungsmuster besteht somit aus Ost ist gleich Tag und West ist gleich Abwesenheit der Sonne ist gleich Nacht. Die Ausrichtung der Schächte und Grabkammern folgte diesem Prinzip. Wobei die unvergänglichen Sterne im Norden ebenso in das beschriebene kosmologische Erklärungsmuster eingebunden waren. Einführung des babylonischen Zodiaks Die astrologische Terminologie tauchte in der Spätzeit Ägyptens erst in der demotischen Sprache auf und hatte die alte ägyptischen Aufzeichnungen als Grundlage. Nur vereinzelt sind in der Frühzeit um inartige Wertungen mit den jeweiligen Himmelssegmenten verbunden. Beispielsweise wurden Sonnen- und Mondfinsternisse als Verschlucken des Himmels beschrieben. Traditionell wurde bisher die Entstehung von astrologischen Konzepten mit Mesopotamien und Griechenland verbunden, jedoch Ägypten marginalisiert. Das analysierte ägyptische Textmaterial weist in eine andere Richtung. Die mesopotamischen Schriften gelangten zunächst nach Ägypten und vermischten sich mit religiös-astronomischen Vorlagen aus Alexandria. Ein klares Beispiel sind die auch heute noch im Gebrauch befindlichen Symbole der Zodiakzeichen, die in demotischen Quellen gut, in griechischen zunächst nur sehr sporadisch bezeugt sind. Ein weiterer eindeutiger Fall liegt bei den Dekanen vor. Vermutlich in der Spätzeit entwickelte sich ein zwölfteiliges System, das wie die Dekanlehre mit der aus Mesopotamien übernommenen Zodiak-Astrologie verschmolz. In dieser Entstehungsphase waren noch zwei konkurrierende Benennungssysteme in Gebrauch. A-W-I-N als Haus des N und N-I-D-N als Anteil des N. Beide Formen hatten Einfluss auf die Terminologie in anderen Sprachen. Die ägyptisch-astrologische Terminologie ist sehr gut in demotischer, griechischer und lateinischer Sprache sowie im Sanskrit bezeugt. Im mesopotamischen Raum sind dagegen diese Formen unbekannt. Als Erfinder der speziellen Textstruktur kommen daher nur die Ägypter in Frage. Formulierungen und Satzbau verweisen zudem auf die typischen Muster in den Pyramiden-Texten. Der Befund des Nettbuches zeigt weitere Gemeinsamkeiten. Hinzu kommt der Umstand, dass auch die antiken astrologischen Traktate die Lehren stets auf ägyptische Autoren zurückführen. Otto Neugebauer bezeichnet daher Ägypten als Wiege der hellenistischen Astrologie, die sich von Ägypten anschließend über die ganze Welt ausbreitete. Siehe auch, Ebers Kalender, Kanopus Dekret, Tierkreise von Dendera, Archäoastronomie, Astronomie im antiken Griechenland.